In diesem Video will ich euch mal wieder fünf spannend attraktiv bewertete Aktien vorstellen. Das ist der Teil 2 vom August. Es wurde gewünscht, dass ein Teil 2 kommt. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut euch noch Teil 1 an. Der ist vor ein paar Tagen auf meinem YouTube-Kanal erschienen. Es geht hier wieder darum, spannende Unternehmen aufzuzeigen, ganz schnell, ganz kurz, welche zurzeit attraktiv bewertet sind. Also, wenn dich das interessiert, wenn dir das gefällt, lasst mir bitte ein Like da, schreibt mir in die Kommentare rein, wie dir das gefällt und bleib jetzt unbedingt bis zum Schluss dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren. Also, wir gehen gleich rein ins erste Unternehmen. Ein Unternehmen, das viele von euch nicht kennen. Es geht um das Unternehmen Brouker. Brouker ist ein Unternehmen im Gesundheitstechnologie-Bereich, je nachdem, wie man das einordnen will. Es geht darum, dass man eigentlich Geräte herstellt, welche Teile, Kleinstteile wirklich bis aufs Detail anschauen können. Also, quasi so super Mikroskope, wenn man so will. Im Diagnostik-Bereich, sei das für die Erstellung von Medikamenten, sei das für die Materialwissenschaft. Schaut euch das Unternehmen mal an. Wirklich ganz interessant, was man hier alles macht. Und wenn man hier alles beliefert, hier will ich gar nicht zu sehr ins Detail reingehen. Was gefällt mir jetzt in diesem Unternehmen? Also, grundsätzlich sehen wir hier, dass wir eine sehr gute Gewinnstabilität haben. Also, der Gewinn wächst relativ konstant an, ohne grosse Schwankungen. Und das nicht erst seit zwei, drei Jahren, sondern seit vielen, vielen Jahren. Wir haben ein ordentliches Gewinnwachstum im Zweistelligen-Bereich. Wir haben Umsatzstabilität, also auch der Umsatz, der schwankt nicht stark, der geht relativ schön nach oben. Wir haben nicht mehr so ein starkes Umsatzwachstum. In den letzten fünf Jahren ist das wieder ein bisschen angezogen. Das gefällt mir ganz gut. Was mir aber auch ganz gut gefällt, ist, dass wir eine Marge haben, die steigt. Also, sei das eine operative Marge oder sei das eine Nettomarge, das gefällt mir ganz gut. Auf der Schuldenseite gefällt es mir auch ganz gut, dass das Verhältnis von Schulden zum Free-Cash-Flo ist für mich in einem attraktiv bewerteten Bereich. Die Schuldenquote verzinst mit 25 Prozent per Ende 2023 für mich auch in Ordnung. Ansonsten sehe ich keine grossen Goodwill-Position. Das gefällt mir wirklich gut. Wir haben sogar leichte Aktienrückkäufe. Also, von dem her gesehen, kann man sich sehr gut aus dem eigenen Cashflow finanzieren. Man muss nicht mehr neue Aktien herausgeben. Das ist wirklich etwas, was mir sehr gut gefällt. Was hätte man verdient mit der Aktie, wenn man vor zehn Jahren eingestiegen wäre? Dann hätte man eine Rendite pro Jahr von 12,7 Prozent. Wenn man 10.000 investiert hätte, hätte man jetzt mit Dividenden, mit Kursgewinnen, einen Gewinn von knapp 23.000 US-Dollar gemacht. Also sicher mal ganz interessant. Man muss aber sagen, dass sich dazwischen immer wieder starke Überbewertungen aufbauen. Und wenn man da vom Timing noch mal ein bisschen besser eingehen kann, ich sage jetzt nicht, dass man hier oben verkauft, aber dass man vielleicht irgendwo doch auf dem Weg nach oben, vielleicht hier sogar die Reißleine ziehen konnte oder hier, wenn es dann wieder kippt, wenn wir sehen, dass ein Aufwärtszeit bricht, dann hätten sogar 16,4 Prozent drin gelegen. Also von dem her gesehen, Timing ist natürlich nicht einfach. Ganz klar muss man sich bewusst sein. Also Time in the Market beats Time in the Market. Aber wenn man das ein bisschen im Griff hat, wenn man weiss, auf was achten, kann man jedoch noch ein paar Prozentpunkte rausholen. Also wie sieht es aus von der Bewertung? Die Aktie orientiert sich relativ gut diesem fairen Wert, basierend auf dem bereinigten Gewinn über die letzten zehn Jahre im Durchschnitt. Baut immer wieder starke Überwertungen auf, korrigiert wieder, kommt wieder zurück zum fairen Wert und da sind wir jetzt genau wieder. Also wirklich sehr spannender Moment, wo man so eine Aktie wirklich schauen muss, man braucht einen guten Screening Prozess, dass man so Aktien auch auf dem Radar hat, dass man die auch in so einem Moment erwischt, dass man hier seinen Einstieg auch planen kann. Also das ist sicher eine ganz interessante Ausgangslage. Jetzt schauen wir uns doch das Ganze noch kurz charttechnisch an, im Wochenchart. Wir befinden uns jetzt hier, wir sehen jetzt hier den Wochenchart, die 200-Wochen-Linie und das ist jetzt keine Garantie, dass das natürlich hier schon ein Kaufsignal ist, aber wenn man sich anschaut, wenn die Aktie unter die 200-Wochen-Linie fällt, verharrt sie in der Regel nicht lang darunter und dann kommen wieder neue Kaufinteressenten rein, dann kommt wieder neues Kaufvolumen rein und das ist jetzt hier in den letzten Jahren immer wieder passiert. Wir sind jetzt auch wieder hier in diesem Bereich reingelaufen. Was wir sicher sehen ist, dass hier oben so ein bisschen Deckel drauf ist, aber bis dahin haben wir ja noch ein schönes Rendite-Potenzial. Mal angenommen, wir gehen jetzt darüber, das wäre noch hier fast 38, 39 Prozent, bis wir wieder hier an diesem Widerstand dran sind. Das ist sicher mal gar nicht so uninteressant und eben solche Signale, also wenn man solche, das sind keine Signale, das sind Indikatoren, also gleitende Durchschnittslinien, das sind keine Kaufsignale, aber man muss schauen, was passiert hier an diesen Indikatoren. Gibt es hier eine positive Reaktion? Da sollte man für sich einen klaren Plan haben, was will ich für eine Reaktion sehen? Wie weit soll die Reaktion gehen, damit für mich ein Kauf interessant wird? Man kann hier wunderbar, kann man hier Kaufordres bereits platzieren und wenn man sieht, okay, jetzt sind wir gerade unter die 200-Wochen-Linie gerutscht, wir kämpfen jetzt daran. Jetzt brauche ich quasi ein Signal, das mir sagt, okay, es kommen neue Käufe rein, sei das volumenbasiert, sei das Price-Action-Technik, dass wir sehen, dass ein Preis sich wieder bewegt bei der Aktie und da kann man hier gute Einstiege finden bei so einer Aktie wie Broker. Das nächste Unternehmen, das ich euch vorstellen will, ist Lululemon Athletica, ein Unternehmen aus dem Sportartikel-Bereich, eine relativ gehypte Marke für ursprünglich mal Yoga-Artikel, mittlerweile verschiedene Sportartikel, die man hier vertreibt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Was haben wir hier bei Lululemon? Wir haben eine gute Gewinnstabilität, das heisst, der Gewinn steigt relativ konstant, ohne grosse Schwankungen, vor allem keine Schwankungen nach unten. Wir sehen ein schönes Gewinnwachstum, über die letzten zehn Jahre ist der Gewinn beim Unternehmen um 20% pro Jahr angestiegen. Wenn wir uns nur die letzten fünf Jahre anschauen, war das sogar ein bisschen mehr, 26% Gewinnwachstum, der Umsatz sehr stabil, schönes Umsatzwachstum. Wenn wir uns die Margen anschauen, dann konnten die sogar im Prinzip in den letzten zehn Jahren so ein bisschen gehalten werden, wenn man sich das anschaut, plus minus bei etwa eine operative Marge bei 23%. Der Ausblick soll jetzt leicht rückläufig sein, also man hat hier definitiv ein bisschen Mühe sich durchzusetzen, die Produkte sind nicht ganz günstig. Momentan ist es auch so, dass die Leute nicht bereit sind, sehr viel Geld auszugeben für teure Produkte. Deshalb kann man jetzt natürlich aufgrund gestiegener Rohstoffkosten auch die Preise nicht nachziehen und das drückt natürlich auch ein Stück weit auf die Marge. Was sehen wir hier noch? Von der Bilanz her, verschuldungstechnisch sieht das sehr gut aus. Wenn wir uns das Jahr 2023 anschauen, dann haben wir hier eine Situation, dass die Verzinsten und Schulden im Verhältnis zum Free Cash Flow in einem absolut gesunden Rahmen sind. Also wir haben überhaupt kein Schuldenproblem, wir können unsere Schulden sehr schnell zurückbezahlen, wir haben keine Goodwill-Position, das Unternehmen kauft eigene Aktien zurück, doch in einem relativ grossen Stil. Also das sieht erstmal ganz gut aus. Was hätte man jetzt verdient mit der Aktie, wenn man hier vor zehn Jahren investiert hätte? Trotz diesem letzten extremen Rückgang, wo die Aktie sehr stark eingebrochen ist, hätte man immer noch 20% Rendite gemacht. Also da muss man aufpassen bei so extremen Wachstumswerten. Nur weil man hier so eine grosse Korrektur kommt, heisst das nicht, dass jetzt hier die ganze Performance weg ist, wenn man hier frühzeitig eingestiegen ist, hätte man hier mit 10.000 Dollar hätte man tatsächlich 53.000 Dollar Gewinn erzielt. Nach wie vor. Wenn man hier natürlich hier oben schon mal ausgestiegen wäre, will ich jetzt aber gar nicht darauf eingehen, könnt ihr vorstellen, wäre das massiv mehr gewesen. Also wie sieht es von der Bewertung aus? Sehen hier oben schon, oder hat sich eine Überbewertung aufgebaut, von dem her gesehen gegebenenfalls hier wirklich ein Ausstieg gar nicht mal so unsinnig gewesen. Man kommt nie zu einem Hochpunkt raus, aber irgendwo muss man da einfach schauen, ob man da oben anfängt, sich abzusichern, damit man da auch mal rauskommt, wenn das Ganze wieder kippt. Dass es so stark abverkauft wird, hat man sicher nicht kommen sehen, hat mit verschiedenen Gründen zu tun. Gibt es einige tatsächlich negative Nachrichten zum Unternehmen. Auch im Führungsstab gab es einigen Wechsel, das natürlich momentan kurzfristig sehr negativ zu werten ist. Also wir haben eine starke Unterbewertung. Das ist immer mal zunächst mal nicht etwas, das mir jetzt Freudesprünge bereitet. Also wenn ich sehe, dass eine Aktie so stark unter dem fairen Wert fällt, ist es für mich zunächst mal eher ein Alarmzeichen. Das heisst nicht, dass ich die Aktie jetzt komplett abschreibe, aber ich würde jetzt hier nicht in dieses Fall an der Messe greifen. Ich will zunächst sehen, dass sich die Aktie wieder anfängt, dem fairen Wert anzunähern. Also dass das jetzt hier wirklich dieser Abverkauf eine Überreaktion war, weil vielleicht einige Probleme bereits gelöst werden. Es kommt neues Vertrauen rein. Aber hier sowas ist für mich eh einmal problematisch. Nichtsdestotrotz will ich euch die Aktie vorstellen, weil so ein Bild kann sich sehr schnell ändern und da will ich dann auch dabei sein, wenn sich das ändert. Also momentan ein 20er KGV bereinigt. Im historischen Ritt war das eher bei 34. Hat einfach damit zu tun, dass jetzt auch die Wachstumsraten zurückkommen. Die nächsten drei Jahre keine zweistelligen Wachstumsraten mehr, knapp darunter. Dementsprechend hier natürlich auch eine Bewertung, die angepasst wird. Also schauen wir uns das Ganze auf dem Chart an. Wie sieht das hier aus? Wir haben eine 200-Wochen-Linie, die grundsätzlich steigend ist. Jetzt hat das aber zuletzt ordentlich gelitten. Wir sind hier auch unter die 200-Wochen-Linie gefallen und nicht nur kurz runtergedippt, wie wir das zuvor immer mal wieder hatten, sondern wir fallen wirklich jetzt deutlich darunter. Das ist genau das, was ich sage. Also nicht einfach Aktien immer kaufen, weil sie jetzt gerade irgendwo an einen Indikator hinlaufen und dann diesen Indikator als Kaufsignal verwenden. Nein, der Indikator sagt uns dann einfach, hey, jetzt wird es spannend. Schau auf eine positive Reaktion. Die positive Reaktion ist hier definitiv ausgeblieben. Also es gab hier keinen Rebound und somit muss man hier wirklich aufpassen. Also für mich momentan ein fallendes Messer. Wenn wir jetzt in den Tageschart reingehen, sich das Ganze noch mal ein bisschen vertieft anschauen, sehen wir jetzt auch, dass wir in dem Tageschart eine fallende 200-Tageslinie haben und vor allem auch eine fallende 50-Tageslinie, wo zuletzt jetzt der Kurs es auch nicht geschafft hat, hier drüber zu kommen. Also es sind alles so Widerstände, die jetzt noch da sind, die ich jetzt zunächst mal wirklich abwarten würde und für mich einen klaren Plan aufsetzen würde, was reicht für mich, welche Widerstände müssen genommen werden, damit ich sehe, dass wieder genug Vertrauen bei der Aktie drin ist, dass wieder Investoren einsteigen. Das im Voraus definieren, bereits Kaufaufträge platzieren, weil sonst verpasst man das natürlich wieder und für das muss man halt für sich einen klaren Plan haben und sagen, wo ist für mich, was ist eine Mindestmarke, die erreicht werden muss, damit für mich ein Abwärtstrend beendet ist. Da will ich jetzt nicht zu sehr im Detail darauf eingehen. Wenn euch das interessiert, nehmt mir bitte Kontakt auf www.mathiaskristen.com, dann sprechen wir mal darüber, wie man solche Kaufsignale identifizieren kann und für sich eine klare Trendstruktur identifizieren kann, weil das ist gar nicht so einfach. Oder man denkt immer so, ja, die Aktie ist jetzt im Abwärtstrend. Ja, wann ist denn der Abwärtstrend gebrochen? Wann geht es wieder nach oben? Wann haben wir einen Aufwärtstrend? Wo steige ich denn konkret ein, damit ich nicht in ein fallendes Messer eingreife? Nichtsdestotrotz wollte ich euch das Unternehmen hier zeigen, weil keine Ahnung, ob der Turnaround kommt. Wir haben jetzt dann hier auch die Quartalszahlen, die am Donnerstag rauskommen, also sprich heute, heute Abend kommen die Quartalszahlen. Entweder führt das dazu, dass jetzt hier positive Zahlen kommen. Das kann dazu führen, dass jetzt hier dieser Abwärtstrend beendet wird, das neues Kaufvolumen reinkommt oder die Zahlen fallen schlechter aus, als erwartet und fällt eine Aktie nochmal. Also von dem her kann ich mich jetzt auch sehr gut vor Earnings positionieren und sagen, lasse ich mich einkaufen in die Aktie. Oder wenn dann quasi negative Zahlen kommen, die Aktie fällt, dann bin ich nicht dabei. Und so gesehen würde ich nie jetzt in so einer Situation vor den Earnings einsteigen. Das kann natürlich gut kommen. Aber die Chance, dass es hier nochmal zünftiger Hunden geht, ist natürlich da, weil wir haben Unsicherheiten da. Und da will ich hier nicht spekulieren. Also ich bin nicht jemand, der sagt, okay, wie soll ich denn jetzt wissen, was hier bei den Earnings kommen. Das ist unmöglich. Und ich will in der Unsicherheit nicht gerne gegen einen Trend wetten. Auch wenn das gelegentlich gut geht, aber das hat dann nichts mit strategischem, systematischem Investieren zu tun, sondern das ist dann genau das Zocken, wo man sich dann auch böse die Finger verbrennen kann. Und das will ich nicht haben, dann verpasse ich lieber mal ein gewisses Renditepotenzial und steige dann aber erst ein, wenn sich eine Aktie wieder erholt und ich sehe, da kommen neue Käufe rein. Wenn das grosse Geld reinfliesst, dann kann ich mit drauf springen. Ich muss nicht gegen einen Markt wetten und setzen, weil da habe ich sowieso keine Chance. Gut, einfach mal dieses Beispiel hier bei Lululemon, dass man sich gerne auf die Watchliste legen kann. Das nächste Unternehmen ist wieder ein Unternehmen, das die meisten noch kennen. Es geht um Zuckerwasser. Monster Beverage. Monster Beverage in den letzten Jahren eine wahnsinnige Erfolgsstory gewesen. Energydrink-Hersteller kooperiert auch mit Coca-Cola. Also Coca-Cola hat sich beteiligt an Monster Beverage. Deshalb kann Monster Beverage auch die Distributionsnetze von Coca-Cola verwenden, was natürlich unglaublich stark ist. Das ist natürlich ein riesen Burggrafen, wenn man so etwas erzielt, wenn man so eine Partnerschaft eingehen kann. Wie sieht es denn jetzt aus hier von den Kennzahlen? Wir haben eine starke Gewinnstabilität. Also der Gewinn steigt sehr stark an. Lediglich nach Corona gab es hier eine Delle. Nicht während Corona, wie man denken könnte, sondern danach. Also es ist ein klarer Effekt aufgrund von problematischen Lieferketten. Hat vor allem mit Aluminiumdosen zu tun, wo die Energydrinks drin sind. Also der Markt war leergefegt aufgrund, weil halt Fabriken zu waren, weil zu wenig Produktion stattgefunden hat von Aluminiumdosen. Deshalb hat man bei Monster Energy entschieden, halt trotzdem den Weltmarkt hier mit Aluminiumdosen aufzukaufen zu viel teuren Preisen. Sehen wir an der Marge. Die Marge ist deutlich zurückgekommen. Konnte aber dadurch trotzdem liefern. Sehen wir dann hier am Umsatz. Der Umsatz ist nämlich gestiegen in dieser Zeit. Trotzdem. Also das heisst, man hatte die Situation ausgenutzt. Konnte zwar weniger Gewinn erzielen. Musste darauf zahlen bei den Dosen. Deutlich. Aber nichtsdestotrotz konnte man liefern und hat seine Kunden nicht enttäuschen müssen. Also konnte vielleicht sogar neue Marktanteile gewinnen, weil die Konkurrenz vielleicht nicht mehr liefern konnte. Und das war ein strategischer Entscheid, der hier gar nicht mal so uninteressant ist langfristig. Also das einfach mal kurz zu dieser Delle. Deshalb sehen wir nämlich auch hier bei den Gewinnzahlen. Die letzten zehn Jahre das Gewinnwachstum 14 Prozent pro Jahr. Die letzten fünf Jahre nur noch 9,5 Prozent. Hat einfach damit zu tun, dass wir hier diese Delle drin haben. Wenn wir das nicht gehabt hätten, würde hier dieses Gewinnwachstum auch kurzfristig deutlich besser aussehen. Die Stabilität vom Umsatz unglaublich hoch. Die liegt fast bei 1. Also wir haben fast eine Schnurgradentwicklung des Umsatzes, was natürlich sehr, sehr stark ist. Wie sieht es mit den Schulden aus? Wir haben quasi keine Schulden. Eine Schuldenquote verzinst 0,5 Prozent. Wir haben die Situation, dass die verzinst und Schulden im Verhältnis zum Free Cash Flow unglaublich stark ist. Also wir können unsere Schulden, das bisschen Schulden, das man noch hat, innerhalb von kürzter Zeit zurückbezahlen. Wir haben jetzt auch Aktienrückkäufe seit 2016, die wir wieder sehen, in einem Umfang der doch irgendwo 10 Prozent, fast 20 Prozent der Aktien, die man zurückgekauft hat in diesem Zeitraum. Das stützt den Aktienkurs natürlich auch. Was hätte man mit der Aktie verdient? Über die letzten zehn Jahre hätte man hier eine Rendite von 12,2 Prozent erzielt. Also wenn man 10.000 US-Dollar investiert hätte vor zehn Jahren, hätte man jetzt einen Gewinn darauf von 21.500 US-Dollar circa. Und da ist jetzt hier dieser letzte Abverkauf auch schon mit eingerechnet. Also das ist sicher gar nicht so uninteressant. Schauen wir uns das Ganze von der fairen Bewertung an. Wir sehen dass die Aktienwertung sich aufgebaut hat. Also auch hier wäre es durchaus angebracht gewesen, sich abzusichern, weil wir sehen, dass die Aktie fundamental ausgereizt ist. Also man hätte diesen Abschwung auch nicht mitnehmen müssen. Wenn man sich das so anschaut, man wäre hier nicht zu oberst rausgekommen. Vielleicht wäre man dann nur da rausgekommen. Dann wäre aber das Rendite-Potenzial, also die Rendite, die man erzielt hat, hier schon bei fast 16 Prozent pro Jahr gelegen. Also ihr seht schon wieder, Market Timing, ja, ist eine starke Disziplin. Kann man jetzt nicht einfach so schnell, schnell hier erlernen. Und dann funktioniert das auch sehr gut. Also es ist nicht etwas, dass jetzt jeder Börsenneuling sofort hier im Griff hat. Aber wenn man hier weiss, auf was man achten kann und sollte und auch nicht davor abschreckt, auch mal Gewinne mitzunehmen. Wenn es denn hier Anzeichen gibt, dann hat man hier wirklich die Chance, auch deutlich mehr rauszuholen. Also, momentan haben wir die Situation, dass wir unter den fairen Wert gerutscht sind. Dementsprechend hätten wir jetzt ein Rendite-Potenzial. Ich gehe jetzt nicht hier hin, weil da haben wir nur drei Analysten, sondern gehen wir hier bis ins Ende 2026. Theoretisches Rendite-Potenzial von 21 Prozent. Das heisst nicht, dass jetzt hier das genau die Rendite ist, die man erwarten kann. Aber es ist sicher mal jetzt etwas, wo bei mir auf dem Schirm landet, wo ich sage, okay, wenn ich schon auf Einzelaktien setze, dann will ich irgendwo in Einzelaktien investieren, wo ich ein ordentliches Potenzial habe. Gut, das ist die Situation jetzt bei Monster Beverage. Momentan 29er KGV bereinigt, im historischen Schnitt eher 34. Das Gewinnwachstum soll aber immer noch im zweistelligen Bereich liegen in den nächsten Jahren. Von dem her gesehen gar nicht so uninteressant. Gehen wir jetzt in den Chart rein. Da ist es nämlich auch wieder sehr interessant. Wir sehen jetzt auch hier einen langfristigen Chart im Wochenchart. Wir sehen die 200-Wochen-Linie, die steigt. Und wir sehen hier immer Reaktionen an diese 200-Wochen-Linie hier. Wir rutschen drunter, es kommen wieder neue Käufe. Wir rutschen drunter, es kommen wieder neue Käufe. Und zwar, also grosses Geld, das reinfliesst, das drückt den Kurs nach oben. Die Verkäufer werden immer weniger, immer mehr Käufer kommen rein, dann steigen Aktienkursen. Jetzt sind wir genau in diesem Bereich wieder drin. Auch da wieder, nicht jetzt blind hier einfach kaufen. Wäre meine Empfehlung. Das kann natürlich immer gut gehen. Aber es kann auch mal nach hinten losgehen. Sondern jetzt quasi scheinen, okay, ich habe jetzt hier eine spannende Situation. Und jetzt muss ich quasi wie ein Jäger, muss ich jetzt hier halt auf der Lauer sein. Ich habe jetzt quasi mein Ziel im Visier. Und muss jetzt nur noch warten, wann ich abdrücke. Und für das zu entscheiden, wann ich abdrücke, brauche ich halt einen Plan. Ich muss sagen, okay, jetzt momentan sehe ich eine Abwärtsdynamik. Wenn wir im Tagesschart drin sind, sehen wir definitiv einen Abwärtstrend. Wir sind auch unter einem 50er-leitenden Durchschnitt. Also das ist der kurzfristige Trend, der uns hier eigentlich aufgezeigt wird, sind wir darunter. Das heisst, ich baue mir hier jedes Mal, quasi bei jeder Aktie, die ich kaufen will, baue ich mir schon ein Setup auf. Ich sage, okay, dann und dann und dann drücke ich ab. Weil dann weiss ich für mich, habe ich für mich definiert, dann ist für mich wieder, hat sich die Lage beruhigt. Wir sind über eine kritische Marke wieder hinweg. So gehe ich gerne vor. Gut, also Monster Beverage, sicher sehr interessant. Hat natürlich auch gelitten, nicht nur aufgrund dieser Thematik mit Abnehmenspritzen etc., sondern die ganze Sektor hat ein bisschen gelitten. Das könnte auch ein antizyklisch sehr guter Move sein, wenn man sagt, okay, man schaut sich jetzt solche Unternehmen an, die grundsätzlich fundamental gut ausschauen, aber jetzt halt einfach gelitten haben. Die letzten Quartalszahlen, die waren nicht sehr gut. Also wir hatten hier wirklich auch natürlich einen Gewinnrückgang, Umsatzrückgang. Und zwar seit drei Quartalen haben wir eigentlich die Schätzungen der Analysten nicht mehr übertroffen, also sogar untertroffen, unterschritten, je nachdem, wie man dem sagen will. Und das ist natürlich momentan ja nicht so toll, hat aber auch mit dem Marktumfeld zu tun. Also eben die Leute schauen halt drauf, muss ich mir wirklich jetzt hier so einen Energy Drink noch gönnen? Oder gibt es hier nicht etwas Günstigeres? Vielleicht in einem No-Name-Produkt? Wenn dann aber die Leute wieder ein bisschen mehr Geld zu fügen haben, dann wird sich das auch wieder ändern. Das ist halt bei solchen Unternehmen, die eher preislich, sage ich mal, im Premium-Segment drin sind, ist das halt dann schon eher ein Problem, dass man in solchen Phasen dann halt auch mit rückgängigen Aktienkursen zu tun hat. Und das ist aber auch eine gute Chance, um Einstiege zu finden. Als nächstes will ich euch Qualys vorstellen, ein Unternehmen aus dem Cyber-Security-Bereich. Also Qualys macht Unternehmen im digitalen Raum sicherer, versucht irgendwelche Sicherheitslücken zu finden, hier Dienste anzubieten, damit Unternehmen einfach weniger gehackt werden, weniger Probleme haben im Sicherheitsbereich grundsätzlich. Schaut euch das an, ich will hier nicht zu tief ins Detail reingehen. Es gibt hier viele Informationen zum Unternehmen, wo man sich das Ganze anschauen kann. Im Zweifelsfall nimmt man sich die KI hinzu und lässt sich das Geschäftsmodell mal erklären. Also, wie sieht es aus? Wir haben eine sehr starke Gewinnstabilität, also der Gewinn seit vielen, vielen Jahren konstant steigend. Wir sehen, dass der Gewinn auch ordentlich jedes Jahr anzieht. Im letzten zehn Jahre im Durchschnitt um fast 31 Prozent, im letzten fünf Jahre immer noch bei 23 Prozent. Der Umsatz sehr stabil, auch der Umsatz wächst noch ordentlich und wir sehen steigende Margen. Das gefällt mir sehr gut. Auch die Schuldensituation mit 3,5 Prozent verzinsten Schulden ist man hier in einer sehr guten Situation. Wir haben das Verhältnis von verzinsten Schulden und Free Cash Flow, das natürlich unglaublich vorteilhaft ist. Also wir haben schuldentechnisch überhaupt kein Problem. Wir sehen sogar Aktienrückkäufe. Also wirklich, das Unternehmen steht fundamental sehr, sehr gut da. Die Prognosen sind jetzt hier quasi für 2024 nicht mehr allzu stark steigend vom Gewinn. Also 2023 auf 2025 nur noch ein leichtes Wachstum. Danach soll es aber wieder weiter nach oben gehen. Hat einfach auch damit zu tun, dass wir hier von 2022 auf 2023 ein überdurchschnittlich starkes Wachstum gesehen haben. Ansonsten, wenn man hier diesen Peak hier rausnimmt, hätte man ein relativ konstantes Wachstum. Also sicher mal ganz interessant. Was hätte man verdient mit der Aktie, wenn man vor zehn Jahren eingestiegen wäre? Zum Teil zahlt keine Dividende übrigens. Das wäre eine reine Kursrendite von fast 18 Prozent aufs Jahr. Sicher sehr interessant. Dieses letzte Peak hier. Wenn man hier timingtechnisch das Ganze noch ein bisschen verfeinert hätte, hätte man hier natürlich noch mal ein bisschen mehr rausholen können. Aber sicher nicht mal etwas, das unbedingt notwendig gewesen wäre. Also ganz ehrlich gesagt, hier hätte es keine Signale gegeben von einer Überbewertung, wo man jetzt von einer großen Überwertung sprechen konnte. Zumindest mal, wenn man hier aus dieser Zehnjahresperspektive anschaut vom fairen Wert. An demnach gesehen, es sind nicht alle Unternehmen, wo man jetzt perfekt timen kann. Das ist auch in Ordnung, wenn man einige Unternehmen im Portfolio hat, wo man dann auch wirklich mal Jahre drin bleibt. Das wäre jetzt für mich so ein Unternehmen, das grundsätzlich Sinn macht. Also wie sieht es aus? Wir haben momentan ein bereinigtes KGV von 21, im historischen Bereich eher 38, also deutlich unterbewertet. Auch da wieder zunächst mal, Achtung, schon relativ heftig, dass das Unternehmen jetzt so stark korrigiert, so stark vom fairen Wert sich distanziert, negativ betrachtet. Also auch da eher ein fallendes Messer, das ich jetzt aufpassen würde, wo ich ganz klar definieren muss, da muss ich aufpassen. Und zwar können wir uns das jetzt auch anschauen. Klar hätten wir jetzt ein Renditepotenzial von 32,8%, aber auch da würde ich wirklich aufpassen. Bei so hohem Renditepotenzial, die man da sieht, und ich sehe, dass die Aktie eigentlich in den letzten fünf Jahren nie mehr zum fairen Wert zurückgefunden hat, also muss ich diesen fairen Wert hier standardmässig im Aktienfinder sowieso hinterfragen, ob das überhaupt Sinn macht, weil die Aktie orientiert sich nicht an diesem fairen Wert. Wenn ich jetzt nur schon auf eine Fünfjahresperspektive gehe, weil sich halt auch die Gewinnsituation in den letzten fünf Jahren nicht mehr ganz so weit entwickelt hat wie vor zehn Jahren, kommt das schon eher hin. Dann haben wir viel mehr Überschneidungen, auch langfristig betrachtet. Also wäre hier diese Perspektive schon sinnvoller, wo ich jetzt sagen kann, okay, da liegt das Renditepotenzial immer noch bei 20% plus minus. Da ist sicher mal durchaus nicht unrealistisch, dass wir da hinkommen. Das ist ein reines theoretisches Renditepotenzial, das ist keine Glaskugel natürlich, die wir haben, aber das als grobe Orientierung. Wir haben sicher mal die Chance, hier eine grössere Rendite rauszuholen als im breiten Marktdurchschnitt. Also, gehen wir auch hier wieder charttechnisch rein. Wie sieht es aus im langfristigen Chart, im 200-Wochen-Chart? Wir sehen eine steigende 200-Wochen-Linie. Und wir sehen aber auch, dass wir jetzt da runtergefallen sind. In den letzten Jahren, wo das passiert ist, waren wir nie mehr als zwei, drei Wochen unterhalb von dieser Linie. Jetzt sind wir wieder in diesem Bereich drin. Das heisst, auch da wieder, wir haben jetzt eine spannende Ausgangslage. Das ist aber noch kein Kaufsignal. Das ist jetzt einfach eine Situation, wo wir sagen, jetzt landet das Unternehmen nach meinem Radar, jetzt warte ich auf eine positive Reaktion. Ich muss für mich schon definieren, was ist eine positive Reaktion. Kann mir das im Tagesschart anschauen, kann mir das mit einer Trendstruktur anschauen. Aber das muss ich jetzt natürlich im Voraus schon definiert haben. Da muss ich schon jetzt bereit sein, dass wenn die Aktie anzieht, dass ich hier nicht hinterher springen muss. Also das heisst, ich plane meine Einstiege immer schon quasi im Voraus und lasse mich dann einkaufen, wenn ein neues Momentum reinkommt. Durch das ist es sehr entspannt. Ich habe bereits jetzt fünf, sechs neue Transaktionen geplant, die jetzt bei meinem Broker hinterlegt sind, wo ich jetzt nur darauf warten muss, dass die Reaktion kommt. Wenn die Aktie weiter fällt, ziehe ich halt meine Einstiege ein bisschen weiter nach unten, damit ich sagen kann, hey, in dem Moment ist der Abwärtstrend gebrochen. Fundamental sieht es gut aus, also lasse ich mich einkaufen. Also von dem her, Qualys auch ein Kandidat für die Watchlist, wo man jetzt eigentlich nur noch darauf warten muss, dass hier wieder mal neue Reaktionen kommt, neues Kaufinteresse kommt, weil momentan sehen wir das leider noch nicht. Das nächste Unternehmen, das letzte Unternehmen, das ich euch vorstellen will, habe ich auch schon auf dem Kanal vorgestellt, ist Booking Holdings. Noch mal ganz kurz gesagt, wir haben eine gute Gewinnstabilität, also der Gewinn schwankt zwar, aufgrund der Corona-Krise hat es hier natürlich mal heftigst geschwankt. Wenn man das aber herausrechnen würde, hätten wir eine unglaublich starke Gewinnstabilität. Wir sind bereits jetzt wieder bei Rekord-Gewinn-Ergebnissen, die höher sind als vor der Pandemie. Sehr, sehr stark. Wir sehen auch hier, dass der Umsatz sehr konstant steigt, auch natürlich Corona-bedingt rückläufig, aber jetzt wieder Rekord-Ergebnisse. Die Margen sind wirklich aufgrund dieser Corona-Krise deutlich eingebrochen. Die erholen sich jetzt aber wieder Stück für Stück für Stück und wir sollen dann in Zukunft auch wieder ungefähr auf dieses Niveau kommen, das wir vor der Corona-Krise hatten. Also wirklich eine gute Marge, die wir haben. Wir haben Gewinnwachstum, das noch im zweistelligen Bereich liegt. Wir haben Umsatzwachstum knapp im zweistelligen Bereich, also von dem her gesehen in Ordnung. Vor allem eben diese kurzfristigen, die fünfjährigen Zeiträume, die sind noch geprägt von der Corona-Krise. Das heisst, die werden sich nicht verunsichern lassen. Die liegen tendenziell, werden die jetzt wahrscheinlich eher wieder ansteigen. Also, was haben wir sonst zu sehen von der Bilanz her? Wir haben eine solide Schuldenquote von 22%. Wir haben die Schulden im Verhältnis zu den Einnahmen, die wir haben in einem sehr gesunden Rahmen. Wir haben Aktienrückkäufe, dementsprechend auch eine hohe Treasury-Stocks-Position von 41 Milliarden. Also, wir haben eine prall gefüllte Kriegskasse, wo man auch mal was riskieren kann, wo man Übernahmen tätigen kann. Sicher sehr interessant. Mit der Aktie hätte man in den letzten zehn Jahren auch tatsächlich eine gute Rendite erzielt. Schauen wir mal, ob ich das hier erwische. Und zwar hätten wir eine Rendite von 12,4% erzielt pro Jahr. Das ist natürlich sehr gut. Also, wenn man 10.000 investiert hätte, hätten wir einen Gewinn von 22.000 US-Dollar erzielt. Momentan die Bewertung bei der Aktie. Wir sind knapp am fairen Wert dran. Noch ein bisschen drunter. Dementsprechend aber immer noch ein Rendite-Potenzial von, gehen wir mal bis hier hin, bis 2026, von 18% aufs Jahr tatsächlich. Also, auch da wieder, das ist eine Orientierung, dass jetzt die 18% kommen. Das ist natürlich eine grobe Orientierung. Aber, dass wir hier eine überdurchschnittliche Rendite-Potenzial haben, das ist durchaus realistisch. 23 KGV, etwa das, was wir historisch gesehen haben, sicher nicht uninteressant. Gehen wir in den Chart rein. Da sehen wir nicht mehr die Reaktion oder die Situation, die wir jetzt bei den anderen Aktien haben, dass wir jetzt unter einer 200-Tageslinie gerutscht sind. Wir hatten das zwar. Das war ja aber zuletzt bereits im Ende 2022. Seitdem sind wir über der 200-Tageslinie. Also, wir sind deutlich stärker, trendstärker als bei den anderen Aktien. Wir haben nicht so starke Rücksätze gesehen. Und das ist natürlich aber auch ein starkes Zeichen. Also, nur weil jetzt quasi das Unternehmen nicht hier an der 200-Wochen-Linie ist, oder runtergerutscht ist, heisst das nicht, dass man das jetzt nicht kaufen soll, dass es jetzt eine Überbewertung ist. Das muss man aufpassen bei der technischen Analyse. Also, heisst das nicht, dass wenn wir uns distanzieren von den 200-Wochen-Linien, dass jetzt dann die Korrektur kommt, dass wir überbewertet sind. Das heisst einfach, dass wir stärker sind, deutlich stärker als im Durchschnitt der letzten 200 Wochen. Also, von dem her gesehen immer fundamental und technisch in Einklang bringen. Momentan hier wirklich eine sehr starke Struktur. Auch wenn wir in den Tagesstart reingehen, wir haben sogar einen kurzfristigen Aufwärtstrend. Also, wenn wir uns anschauen, die 50-Tageslinien sind ja sogar drüber. Aufgrund der letzten Korrektur hier hätte es sich auch wieder gute Einstiegsmöglichkeiten gegeben. Aber selbst jetzt ist die Aktie nicht überbewertet. Wir sehen zwar immer wieder Korrekturen, die kommen natürlich auch wieder. Ganz klar ist auch eine Aktie, die durchaus mal ein bisschen schwanken kann. Aber etwas, das immer noch im fair bewerteten Bereich ist. Und vielleicht auch mal eine andere Branche, mehr in diesem Reisetechnologie-Bereich, sicher auch ganz interessant. Also, das war es wieder von meinen fünf Kandidaten, die jetzt per Ende August sicher ganz interessant sind, wenn man sich mal genau anschauen kann. Lass mir bitte ein Like da, wenn das gefallen hat. Schreib mir in die Kommentare rein, was du davon hältst, ob du noch andere Kandidaten hast, die dir gefallen. Was du zu den vorgestellten Kandidaten zu sagen hast, würde mich auch interessieren. Und wenn du für dich lernen willst, wie du genau solche Unternehmen identifizierst, also zum Beispiel auch, dass du hier nicht wartest, bis hier schon wieder die Aktie auf All-Time-Highs ist, dass man die auch auf seinen Screening-Prozess erkennt, wenn wir eine Korrektur haben, dass wir auch zeitig reinkommen. Also vom Screening-Prozess bis hin zu Einstiegssignalen, Ausstiegssignalen, wie man ein Unternehmen auch bewertet, also nicht nur so einen fairen Wert, der jetzt standardmäßig im Aktienfinder drin ist, einfach hinnimmt, sondern auch hinterfragt und ebenfalls anpassen muss. Wenn du alle solche Schritte lernen willst und eine runde Strategie für dich haben willst, dann geh auf meine Website www.matthiaschristen.com, melde dich an für ein unverbindliches Beratungsgespräch, dann sprechen wir genau darüber. Ich zeige dir mal, wie das bei mir funktioniert, wie auch du das für dich umsetzen kannst. Und wenn dich das interessiert, nimm einfach unverbindlich Kontakt auf. Ich würde mich sehr freuen, freue mich an jedem Gespräch und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, dein Matthias Christen.